das wird nie passieren mit dem super werden dass ich da auf 1 lande niemals 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 auf geht's vielleicht kriegen wir noch mal eine schöne platzierung zum abschluss bei diesem rennen ich warte jetzt erst mal ich greife von hinten an bitte nicht bitte nicht zitieren bitte bitte nicht zitieren wir werden jetzt von hinten noch mal die schöne aufejagd starten mal gucken ob wir das besser hinkriegen werden da vorne ist erstmal burghalter den möchte ich auf alle fälle mindestens verholen ja danke für den schubser oh danke sonst werde ich wieder im 45 grad wickel zerfallen da hat die k.i. mir ausnahmsweise mal geholfen ist ja auch eine seltenheit oh burghalter komm her danke für den schubser das ist lieb von dir da ist er oder weister baron keine ahnung wie man die ausspricht danke ich sag gerade zu ehrlich das mit dem super werden das ist echt katastrophal ja mal gucken wir mal danach noch schön upgraden letzte runde ah dieser 45 grad wickel alter titel 95 das war attentat hat jeder gesehen hier danke desnok für den boost boah die korve war schön genommen oh was ist hier los gruppenkuscheln oder was damit wir die sind durch dann könnt ihr weiter kuscheln ist mir egal und komm gib stoff hier super werden warte mal wir sind auf 10 ok ich nimm es gerne alter dieser tinle ne ja da kann er gerne abdriften das ist mir egal jetzt darf ich nur nicht die kontrolle verlieren ey alter bämmen naja gut tinle bämmen von mir sind wie immer auf dem gewohnten zwölften platz naja juli juli haben wir das schon mal auch geschafft naja null bonus ziele naja es war nicht das beste rennen aber egal wo ich würde aber erstmal sagen bevor ich hier mich verabschiede ich muss unbedingt die werkstatt es geht nicht nein ich will ich den super werden abgewählen nein ich will hier mal gucken kann man den rocket irgendwie auf b hochkriegen ich habe ja nur paar erst mal verklickt geil ich habe nur paar credits da oben kann man dann irgendwie was nicht das ist er hat hier irgendwie joo nein kischig erst mal das maximale raustun hier wird geht kischig ich finde so die hier kischig in Rennvergaser jawohl Rennzündung den Rennauspuff nimm so viel wie es geht hier nimm so viel wie es geht hier abgaskrümmer Rennventile husten nämlich auch genau Rennhockenwelle und die straßen kolben oh gott schuldigung für die husten aber der ist nicht auf B hier kann ich nichts machen wäre schön aber kann ich nicht die Erfolge Level 3 20 da sind wir erst bald aber da fehlen noch ein bisschen was so kann ich denn den Liedel Träscher wenigstens auf Beamer so gucken wir mal geht auch nicht und gucken wir mal Rennluftfilter nehmen wir wir haben ja noch so viel Kredits wie es geht und schon ist auch B dann nehmen wir den beim nächsten Mal die Rennkühler neu hinzu Renn-Aussaug-Stutzen ein Standard nein wir nehmen Rennvergaser wir nehmen das Maximum Watt voraus holen können die Rennzündung nehmen wir Dornäumer den Rennauspuff bitte danke Video während ich das hier schon mal auf Maximum machen würde ich schon mal sagen ich bedanke mich schon mal fürs Schuss nochmal ich bedanke mich schon mal nochmal klappt super ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss euer Labi und alter witz über 200 krass nein ich spiel für nein bis zum nächsten Mal tschüss euer Labi tschüss 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 Vielen Dank.